Gerade für Anfänger ist es schwierig, die Renderfunktion transparent zu finden. Das bedeutet, dass man zum Beispiel ein Video oder einfach nur sein Bild transparent rausrendern und speichern möchte. Deswegen zeige ich euch heute mal ohne meine Fratze, da es wirklich ein sehr kurzes Video ist, wie man das Ganze einstellt und wie ihr das Ganze dann später auch transparent rausrendern könnt. Los geht's wie immer nach dem Intro, bleibt dran. So, angekommen in Blender, wollen wir uns das Ganze jetzt auch direkt anschauen und wechseln einfach mal ganz kurz in den Reiter Render Properties. Bevor wir natürlich jetzt hier gleich irgendwas sehen können, wie sich das auswirkt auf unser Rendering, beziehungsweise je nachdem, was wir halt rendern wollen, Bild, Video, was auch immer, brauchen wir natürlich erstmal eine Kamera. Wir drücken mal Shift-A, um das Add-Menü zu öffnen. Wir können aber auch hier oben einfach auf Add gehen. Und wählen Kamera aus. Nun haben wir eine Kamera in der Zähne, die ist jetzt ein bisschen versteckt. Wir drücken mal G, Y, G, X, G, Z. Und wechseln wir mal mit der Taste 0 auf unserem Numpad in die Kameraansicht. Und wenn wir jetzt nur die Taste G benutzen, können wir uns das Ganze noch so ein bisschen ausrichten. Wir nehmen jetzt einfach mal diesen Würfel und geben dem einfach mal ein simples Material. Machen wir mal die Notes aus. Spekular runter, Roughness hoch. Und ich würde sagen, wir machen hier einfach mal so eine Art Boundfox-Farbe. So ein leichter Orangeton. So. Bisschen braun, aber ist in Ordnung. So, wenn wir jetzt zum Beispiel F12 drücken, können wir den Würfel rendern. Wir haben natürlich jetzt hier kein Licht, deswegen machen wir nochmal das Add-Menü auf. Wechseln den Licht und fügen einfach eine Sun hinzu. Ich denke, das reicht jetzt erstmal. Und bewegen uns so ein Stückchen weg hier. Gehen mal mit Z und 8. Oder ihr klickt einfach auf Rendert. Ihr könnt hier auch mit den Tasten wechseln. Also wir können hier zum Beispiel auch dann die 8 einfach drücken. Bewegen uns das Ganze mal. Wechseln wir mal mit 0 wieder in die Kameraansicht. Und bewegen einfach mal unser Licht hier. Können ja mal hier die Strengths ein bisschen erhöhen auf 3. Einfach nur, dass wir ein bisschen Licht haben. Wir drücken nochmal F12 und sehen jetzt hier unseren ganz simplen Würfel. Das Problem natürlich ist, vielleicht möchten wir diesen Würfel einfach mit einem transparenten Hintergrund haben. Ähnlich zum Beispiel auch, wenn wir vielleicht eine Videoanimation hier rausrendern wollen. Dann kann es natürlich vom Vorteil sein, oder man möchte es vielleicht sogar, dass der Hintergrund transparent ist. Und viele Anfänger wissen das immer nicht, deswegen wollte ich das einfach mal zeigen. Ich wusste das am Anfang auch nicht und habe mich dumm und dämlich früher gesucht. In Blender und im Internet auch sehr schnell, aber auch fündig geworden. Ich möchte es euch dennoch einmal zeigen. Und zwar ist es ein bisschen versteckt. Denn diese Transparentfunktion ist nicht wirklich dort, wo man sie vermutet. Wenn ich hier auf die Render Properties gehe, dann habe ich hier die verschiedenen Punkte, um mir ein paar Properties einzustellen. Zum Beispiel könnte ich auch einen Blumeneffekt hier machen und Ambient Occlusion, all mögliches. Und jetzt gibt es die Transparentfunktion dort, wo man sie eigentlich nicht vermutet, nämlich im Reiter Film. Finde ich ziemlich verwirrend als Anfänger. Fand ich auch ziemlich verwirrend früher. Deswegen, der ein oder andere hat sich bestimmt auch schon mal dumm und dämlich gesucht. Und wenn wir hier einfach mal auf Transparent klicken, wechselt unsere Zähne hier direkt auch schon in Transparent. Und wenn wir F12 drücken, haben wir einen transparenten Hintergrund und könnten das Ganze jetzt einfach als PNG oder sowas abspeichern. Wir gehen mal hier auf dieses Druckersymbol. Das sind die Output Properties. Hier ist jetzt das Fileformat PNG. Wenn es natürlich nur ein JPEG wäre, habt ihr natürlich keinen transparenten Hintergrund. Da müsst ihr schon ein PNG nehmen. Oder was könnte man noch nehmen? Eine TIFF ist glaube ich auch transparent, wäre auch möglich. Und TARGA, da bin ich mir jetzt nicht sicher, könnte sein, dass das auch transparent ist. Und je nachdem, ob ihr vielleicht ein Video machen wollt, könnt ihr dann hier noch ein MPEG oder ein AWI-Video rausrendern. Hier müsst ihr darauf achten, AWI, JPEG hat natürlich auch wieder keinen transparenten Hintergrund. Wenn ihr mit transparenten Videos arbeiten möchtet, dann würde ich euch hier echt den FFMPEG. Das ist sozusagen dann einfach ein MP4-Datei. Ja, im Großen und Ganzen war es das auch schon, was das Rendering von transparenten Szenen oder Animationen, Bildern, wie auch immer angeht. Ihr könnt ja mal ein bisschen näher rumspielen und schaut euch gerne mal die Output Properties noch ein bisschen weiter an. Hier habt ihr noch ziemlich coole Funktionen, wie zum Beispiel größere Shadows oder könnt ihr auch die Soft Shadows ausmachen und all mögliches.